Wissenschaftsdisziplin und angewandte Linguistik Wozu es Fächer gibt und wieso Sprachfächer? Keine Ahnung! Warum genau überfordern? Zu viele bären die Verdauung. Keine Ahnung! Dass dem so ist, haben viele Erfahrungen und in Alltagstheorien eingebunden, aber begründen können es nur wenige. Keine Ahnung! Wie genau wirken im Fitnessstudio 10 Wiederholungen an der Butterfly-Maschine bei maximaler Belastung? Wie wirken 50 Wiederholungen bei Unterbelastung? Wer sich gesund ernähren und bewegen will, möchte hier nicht nur eine Ahnung haben, sondern fragt nach solidem, festem Wissen. Solches Wissen liefert die Wissenschaft. Und weil die Welt sehr weit und komplex ist, gibt es nicht die eine Wissenschaft, die alles weiß, sondern viele Wissenschaften, Disziplinen genannt. Jeder davon weiß über einen kleinen Bereich der Welt möglichst viel. Dieses Wissen entwickelt sie in ihren Theorien weiter. So weiß die Physik viel über die Kräfte in der körperlichen Welt, die uns umgibt. Die Soziologie erfasst, wie Menschen in dieser Welt Gemeinschaften bilden. Und die Linguistik erklärt, wie sie dies mit Sprache tun. Die angewandte Linguistik befasst sich damit, wie wir mit Sprache Probleme lösen, die gesellschaftlich bedeutsam sind. Zum Beispiel, wie Expertinnen und Laien einander verstehen können. Wie wir mit Sprache eine Haltung gemeinsamer Verantwortung erzeugen. Wie Menschen unterschiedlicher Sprache so miteinander sprechen, dass sie am Ende einen ähnlichen Film im Kopf haben, obwohl sie ganz andere Lebenserfahrungen mitbringen. Oder wie sich Leute aus anderen Kulturen in einer neuen Kultur integrieren. Bei der Lösung gesellschaftlich bedeutsamer Probleme spielen unter anderem zwei theoretische Einsichten eine Rolle, die einander in der Praxis elegant ergänzen. Wenn ich verstanden und ernst genommen werden will, müssen meine Kommunikationsangebote sprachlichen Normen genügen und sie müssen kommunikativ angemessen sein. Einfach gesagt, sie müssen stimmen und passen. Die Schlagzeile, man beißt Hund, etwa, die passt zu kurz nachrichten und sie ist als Ellipse grammatisch richtig gebaut. Man beißt Hund wäre dagegen falsch. Platz da! Und Permettriez-vous que je passasse? Dagegen sind Äußerungen, die zwar den grammatischen Normen des Deutschen beziehungsweise des Französischen entsprechen, aber nicht passen, wenn ich im vollbesetzten Zug den Wagen wechseln und jemanden bitten will, zur Seite zu treten. Die eine, Platz da! klingt angriffig und grob. Die andere, Permettriez-vous que je passasse? klingt lächerlich geschwollen. Angewandte Linguistik untersucht und lehrt, wie wir uns kommunikativ richtig und angemessen verhalten. Für Sprachprofis gilt, Ahnung allein reicht nicht. Gefragt sind Wissen und Können. Das Yorkens davon ... ... ... ... ... Musik